ja hallo leute hier ist euer loner setzero mit ähm ja das text ist hier nur weil ich nicht einfach ins leere rein labern will das video was ich hier mache ist wohl ein eins der schlechtesten negativsten videos die ich in meiner ganzen let's play laufbahn bisher bis jetzt halt gemacht habe und mache und so dieses video geht darum dass ich ja im let's play aufhöre warum fragen sich jetzt wahrscheinlich manche ähm das let's play ist ja an sich nicht unbedingt zeit unaufwendig quasi also dass man jetzt wirklich viel zeit dafür drauf gehen lässt aber es ist eben auch nicht so dass man das einfach mal so aus der hinterhand zaubern kann alles sondern man muss dann schon zeit die man natürlich andere dinge nutzen könnte da schon stark für verwenden sozusagen ähm und ja dazu kommt doch dass man irgendwann auch sich dazu zwingen muss für die abonnenten was aufzunehmen quasi das ist wirklich so weil man eben ja man muss halt was hochladen und dann macht es eben auch nicht mehr so viel spaß natürlich gibt es einige momente in meiner karriere wo es mir wirklich sehr spaß gemacht hat ähm aber aktuell jetzt auch mit meiner festplatte die kaputt gegangen ist und so ist das schon ja hartes stück ähm und somit dachte ich mir einfach ja ich kann dieses jammer spiel nicht weiter so machen sondern vielleicht gibt es irgendwann mal wieder was äh noch äh jetzt nicht mehr so in dem format wie es das bis jetzt immer gab da werdet ihr euch umgewöhnen müssen tut mir leid für all meine treuen abonnenten aber ja das ist meine entscheidung ich als das player äh bin dafür verantwortlich quasi und äh ja ich habe mich jetzt dazu so entschlossen auch wenn es persönlich äh finde ich es auch irgendwie traurig aber was soll man machen naja gut ähm ansonsten wollte ich mich bedanken für die vielen ja guten beiträge und so alles äh die ihr als meine abonnenten in meiner let's play karriere alle so ja gemacht habt ähm für alle treuen zuschauer und ja äh wollte ich noch irgendwas sagen ich weiß gerade gar nicht mehr Moment mal da war doch noch was äh ja der ist tot äh jetzt weiß ich wieder was ich sagen wollte ich wollte sagen April April ich höre niemals mit dem let's play in auf ha 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 reingefahren ihr Penner ok he 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 ha 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 tja heute ist 1. April Bis zum nächsten Mal.